Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei MIGA Caravan bei uns auf dem Kanal in Dingesbühl. Heute mal wieder das Thema EcoFlow, sprich Powerstation, Einspeisung im Wohnmobil. Wir wollen euch heute mal unsere Schaltung vorstellen, wie wir die EcoFlow, sprich Powerstation, ins Wohnmobil einspeisen, wenn wir das Gerät im Wohnmobil verbauen, weil da gibt es einiges zu beachten. Auch hier wollen wir, dass der FI-Schutz gewährleistet ist. Und da habe ich eine kleine Demonstration aufgebaut, um euch das mal näher zu bringen, um euch das mal richtig zu zeigen. Und das möchte ich heute einfach mit euch mal angucken im Detail und ein paar Sachen dazu erklären, warum wir verschiedene Dinge brauchen, warum wir verschiedene Dinge tun. Und ja, dazu glaube ich, kurzes Statement, machen wir gar nicht, warten wir gar nicht, gehen wir gleich in die Werkstatt und schauen uns das am besten direkt vor Ort an. So, hier haben wir unseren kleinen Versuchsaufbau. Das ist einmal mein kleines Labor. Hier bastle ich immer ein bisschen rum, wenn ich gucke, wie die Schaltungen so funktionieren sollen, wie das alles aufgebaut ist, wie das alles auch in euren Fahrzeugen teilweise verbaut werden soll. Immer wieder geht es um das Thema, haben wir viele Anfragen aufgrund des Videos mit Markus. Einspeisung der EcoFlow ins Wohnmobil. So, hier habe ich jetzt einmal eine EcoFlow stehen. Also, so machen es zumindest wir. Und ich weiß, es wird jetzt wieder viele Kritiker geben und viele, die es besser wissen und die es anders wissen, denen sei es gegönnt, was nichts damit zu tun hat, wie es ich mache, weil es einfach von meinem Verständnis her von vielen namenhaften Elektrikern auch so bestätigt wurde. Und darum werden wir das auch so durchführen. Also, hier haben wir mal eine EcoFlow. Die ist jetzt aktuell eingeschalten. Die hat jetzt 100%. Das sehen wir hier. Wir entnehmen hier Strom. Und wir sehen, das ist ein ganz normaler FI-Tester. Der ist rot. Rot heißt, wenn ich jetzt da drauf drücke, er hat keinen Erdungsschutz. Hier gibt es kein FI, kann auch nichts passieren, weil es ist ein isoliertes Netz, IT-Netz. Haben wir schon oft genug darüber gesprochen, was passiert. Ich kann ein Gerät anstecken, überhaupt kein Problem. Allerdings, auch überall nachzulesen, so wie ich zwei Geräte anstecke, wird empfohlen, beziehungsweise ist es eigentlich ein Muss, dass jedes Gerät für sich einzeln einen Personenschutzschalter hat. Weil immer wenn ich mehr als ein Gerät an ein isoliertes Netz hänge, beide Geräte defekt, dann wird es ein bisschen problematisch. Jetzt kann man sagen, ja, im Wohnmobil sind wir ja nicht auf dem Boden. Wird ein klassisches Beispiel. Auch außerhalb des Fahrzeuges, Geräte aber im Fahrzeug angesteckt und so weiter. Darum, wir verbauen es so, dass entsprechend ein Fehlerschutzschalter davor geschalten wird, der auch funktioniert. Also hier nochmal haben wir einen FI-Tester. Wir stecken den ein. Er ist definitiv rot. Rot heißt keine Erdung, löst nichts aus, kann nicht funktionieren. Mit einem Gerät natürlich überhaupt kein Problem, kann man ohne Probleme nutzen, ist ja ein isoliertes Netz. Bei zwei Geräten problematisch. Wir speisen ja das Wohnmobil auf viele Steckdosen. Nicht nur auf zwei, sondern eventuell auf drei, vier oder fünf Steckdosen. Je nachdem, wofür das da verbaut sind. Das heißt, jetzt kann man es sich leicht machen. Ich gehe von der Steckdose einfach ins Wohnmobil, an die Landstromsteckdose. Dafür haben wir ja auch das Kabel. Auch davon habe ich schon ein Video gemacht. Das kennt ihr alle, das Kabel. Da ist auch eine Brücke verbaut, damit eben auch da der FI auslöst. Aber was ist jetzt, wenn ich diese EcoFlow ins Auto bauen möchte? Dann funktioniert das natürlich nicht mehr so einfach. Weil wenn ich das einfach irgendwo ranhänge und einspeise, dann ist ja die Landstromsteckdose unter Strom, wenn ich den Wechselrichter einschalte. Und das darf natürlich nicht passieren. Und das ist dann der Grund, warum wir schon ein bisschen eine aufwendigere Installation brauchen. Das heißt, einmal muss eine Netzumschaltung montiert werden. Bitte nicht wundern, das hier ist alles natürlich Versuchslabor, sage ich jetzt einfach. Eine provisorische Schaltung ist keine endgültige Schaltung, ist nicht eingebaut. Hier haben wir jedenfalls eine Netzvorrangschaltung, wo hier auf der Seite der Wechselrichter reingeht, wo hier auf der Seite mit dem Stecker simuliert, das Wohnmobil ist und die Wohnmobileinspeisung ist. Und hier die Landstromeinspeisung ist. So, jetzt möchten wir die EcoFlow einbinden. Dafür haben wir uns hier eine Extraschaltung gebaut mit einem Fi und einem Relais. Das ist zwingend notwendig, damit auch die Ladung, wenn ich den Landstrom anstecke, ohne Probleme funktioniert. Das heißt, ich stecke den Landstrom an, dann wird die EcoFlow auch geladen. Gleichzeitig kann ich aber die Steckdosen unter Spannung setzen. Ich ziehe den Landstrom ab und dennoch habe ich den Wechselrichter und mein Fi löst in beiden Fällen ohne Probleme aus. Und das demonstrieren wir jetzt einfach mal, wie das funktioniert. So, dazu nehme ich hier dieses Kabel. Das ist ein Stecker, Einspeisung EcoFlow. Dieses stecke ich jetzt einfach hier in die EcoFlow rein. Somit geht der Strom hier durch unser selbst entworfenen Schaltkasten, kommt dann entsprechend hier wieder raus. Aber mit einem Fehlerschutzschalter geschützt. Dann geht der Strom hier in die Netzumschaltung und der Landstrom zum Schalten des Relais brauche ich auch noch. Die Schaltung exakt, das alles hier ist nicht zum Nachahmen gedacht, ganz klar, sondern das ist unser Entwurf, das ist unsere Schaltung. Wir verbauen so und speisen so dementsprechend dann auch die EcoFlows oder andere Powerstations natürlich ins Netz ein. So, jetzt haben wir hier unseren Fi-Tester angesteckt. Jetzt lege ich den mal so rüber, damit man das auch sieht. Aktuell natürlich noch aus, weil ist ja noch kein Strom drauf. Jetzt schalte ich mal die Spannung ein von der EcoFlow, indem ich den E-Fi einlege, weil das ist der Fi, der die EcoFlow absichert. Und jetzt seht ihr, wir haben 230 Volt, er ist blau, das heißt wir haben Schutz. Die Landstrom-Fi ist aus, also hier kommt aktuell gerade kein Landstrom rein. Und wenn ich jetzt hier die Test-Taste drücke, machen wir jetzt mal, zack. Patsch, jetzt ist der Strom weg, Fi ist geflogen und jetzt kann ich ohne Probleme das Ganze auf 5 und 6 und 10 Steckdosen verteilen, weil überall habe ich hier den Fehlerschutzschalter vorgestellt und dementsprechend springt er auch. Legen wir ihn wieder rein, bis der Fehlerschutzschalter wieder einschaltet, ruckzuck wieder blau. So, somit ist wieder die ganze Thematik gegeben, ich habe wieder Schutz, ich kann jetzt wieder den Fehlerschutzschalter testen, indem ich auf Test drücke, haben wir gerade schon gemacht. So, jetzt haben wir Landstrom angeschlossen, also sprich Landstrom fließt, genauso wie der Fi natürlich drin sein muss für die EcoFlow. Und jetzt, wenn wir wieder unseren Auslöser drücken, zählt er wieder zurück. Zack, und jetzt fliegen in dem Fall beide FIs, sprich der Landstrom-Fi. Somit haben wir wieder gewährleistet, dass in allen Fällen immer der Fi springt. Hier haben wir wieder den Schutz heraußen, dementsprechend können wir jetzt wieder ein Fi nach dem anderen einlegen. Jetzt haben wir wieder nur den Wechselrichter-Fi drin, das heißt, wir haben Wechselrichter-Strom. Wenn ich jetzt wieder drücke, weil der Landstrom-Fi ist noch raus und können dementsprechend sofort wieder auslösen. Perfekt, funktioniert. Legen wir wieder ein und schon haben wir wieder Strom. 0, 230 Volt und der Fi safe. Jetzt möchte ich wieder meinen Landstrom dazuschalten. Zack, bumm, die Ladung schaltet wieder ein, das dauert immer ein bisschen. Kann ich euch auch mal zeigen. Gehen wir mal kurz hierher. Ihr seht, Input, klar, ist auf 100 Prozent, deswegen ist er ein bisschen wenig. Output haben wir gerade 0, weil natürlich nur der Fi-Tester da dranhängt. Und wenn ich jetzt hier wieder drauf drücke, 12, 15, 18, 20, Batsch, bei 24 mA fliegen die Fi's. Landstrom-Fi ist ausgeflogen und somit haben wir hier dann auch keinen Strom mehr. Hier oben keine 230 Volt liegen mehr an. Ich drücke wieder den Fi rein. Jetzt haben wir wieder 230 Volt Wechselschichterstrom. Das heißt, jetzt geht es auf Output, wenn ich was anschalten täte, Input 0, weil unser Landstrom ist natürlich noch aus. So. Dann ist der wieder drin, dann ist der wieder drin und schon haben wir hier wieder 230 Volt. Also ihr seht, das funktioniert einwandfrei. Jetzt kann man es natürlich immer streiten und kann sagen, ja, muss das so aufwendig sein? Ich sage, ja, es muss so aufwendig sein. Geht gar nicht anders. Das haben wir natürlich hier jetzt die große Pro-Ecoflow. Das geht auch mit der kleinen, das geht mit allen Powerstations. So kann ich gewährleisten, dass ich vom isolierten ET-Netz trotzdem einen entsprechenden Schutz habe. Über 230 Volt einen Fehlerschutzschalter vorhängen habe. Wenn zwei Geräte kaputt sind, wenn diese 0,01 Prozent, wo ich verpflichtet bin, als Fachbetrieb das auszuschließen, dann wird eben auch der Fehlerschutzschalter auslösen und dementsprechend ist man sicher. Und das finde ich eine tolle Geschichte. Ich kann es bloß immer vorwachen. Jetzt haben wir natürlich Akku voll, klar. Ich drücke drauf. Also Halt, Stopp. Es geht ja darum, Ladung haben wir gesehen. Ich drücke den Landstrom weg. Zack. Und jetzt, hier habe ich immer nur 230 Volt vom Wechselrichter. Und jetzt drücke ich hier einmal meinen Tester. Und bei, ich glaube, 24 waren es Milliampere. Zack. Löst das sofort aus. Fi ist weg. Und dementsprechend habe ich auch keinen Saft mehr. Seht ihr? Weg. Jetzt lege ich den Fi wieder ein. Bam. Kommen sofort wieder die 230 Volt. Das Feld bleibt blau. Weil ich habe ja jetzt den Fehlerschutzschutz. Der Fehlerschutzschalter kann messen. Und dementsprechend, wenn Fehlerströme fließen, auch dann gleich auslösen. Tolle Geschichte, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Das ist der Landstrom. Wieder rein. Wop. Und schon haben wir wieder alles, was wir brauchen. Machen wir ihn wieder raus. Dann haben wir trotzdem hier den Schutz. So, jetzt demonstriere ich euch das Ganze auch nochmal mit der kleinen. Das ist die kleine EcoFlow, die Delta. Ist ja genauso machbar. Das ist eigentlich das, was die meisten einspeisen. Das ist das, was die meisten installieren. Ich lege jetzt einmal den Landstrom-Fi ein. Zack. Landstrom-Fi ist drin. Das heißt, wir sehen es hier. Automatisch kommt hier auch gleich Spannung. Und die EcoFlow lädt. Man hört es auch. Der Lüfter läuft. Alles ist easy. Jetzt möchte ich natürlich hier Strom drauf haben. Auf meinem Wohnmobil. Also muss ich natürlich die EcoFlow auch noch den EcoFlow-Fi einlegen. Jetzt haben wir hier Saft drauf. Wenn ich jetzt meinen Tester drücke, weil Landstrom ist an, drücke ich drauf. 15, 18, 21, Batsch. Fi-Landstrom raus. Wunderbar. Wir sind safe. Überhaupt kein Problem. Passiert nichts. Er hat automatisch umgeschalten. Jetzt haben wir 230 Volt durch Wechselrichterstrom. Den Fi haben wir drin. Und wenn ich jetzt nochmal drücke, weil jetzt ist er ja auf Wechselrichter. Wechselrichter war an. Und nochmal das ganze Spiel. Zack, zack. 21 mA springt der Schutz raus. Das ist rein der EcoFlow. Steckt hier hinten dran. Und funktioniert tadellos. Also. Machen wir wieder rein. Jetzt haben wir wieder Saft. Wir sehen es. Und gleichzeitig, wenn die ganze Geschichte an ist, lege ich jetzt meinen Wechselrichter, sprich mein Landstrom an und dann wird die EcoFlow geladen und gleichzeitig habe ich Saft auf dem Wohnmobil. Also tolle Geschichte. Ja, für was ist das Ganze? Kann man vielfältig darüber diskutieren, Sinn oder Unsinn, Powerstation installieren oder dann eben entsprechend Wechselrichter montieren. Für mich ist das Ganze eine tolle Geschichte, wenn jemand eine Powerstation hat, gerade für Vans, Kastenwegen und so weiter, ist das echt eine tolle Geschichte. Muss ich sagen, finde ich eigentlich ganz praktisch. Und wir haben jetzt eine Schaltung, die funktionell ist, die funktioniert und er hat Landstrom sowie Powerstation, FI-Schutz, alles voll integriert. Er muss nichts umstecken, er muss keine Stecker ziehen, er muss nichts tun und funktioniert tadellos. Und das ist echt eine geile Geschichte. Muss ich sagen. Ja, das war es im Prinzip. Tolle Schaltung, tolle Geschichte, sowas einzuspeisen, finde ich klasse. Sinnhaft oder unsinnhaft, lässt sich darüber streiten. Ich glaube, das ist abhängig davon, wie man mit Fahrzeugen umgeht. Wenn man einen Van hat, einen Kastenwagen hat, den man nicht lang fährt und möchte nicht viel in Festinstallation installieren oder ausgeben, macht sowas durchaus Sinn, ist effektiv. Wenn man Powerstation schon hat, kann man das auch nutzen. Ich würde es jetzt in einem langfristigen Wohnmobil, wo ich langfristig war, nicht anwenden. Muss ich ganz ehrlich sagen, da möchte ich was Integriertes haben. Aber in solchen Fällen, oder ich habe viele Kunden, die sind auch baustellentechnisch unterwegs, kriegen alle drei Jahre ein neues Auto oder zwei Jahre ein neues Auto. Also da will ich natürlich nichts einbauen, weil das ist Quatsch. Also da macht es absolut Sinn, sowas zu tun. Wir haben es ja im Video von Markus, Fan4Van, der hat da ein tolles Video auch gemacht, wie wir das einbauen in einem Tournee. Und da macht es absolut Sinn und ist natürlich eine tolle Geschichte. Dann spare ich mir aufwendige Installationen und kann ohne Probleme mein Auto auch mal wieder austauschen und nehme das einfach mit. Und die Installation hält sich echt in Grenzen. Also das ist jetzt nicht so, dass da Unsummen Geld ausgegeben werden muss. Also das finde ich eigentlich eine tolle Geschichte. Also, wenn ihr Fragen habt, raus damit, haut in die Tasten, ich freue mich natürlich drauf. Versucht das auch alles zu dokumentieren, sprich zu argumentieren und zu beantworten. Und ansonsten auch gern per E-Mail, wenn da irgendwas unklar ist, dann einfach durchfunken. Dann quatsch mir drüber, sprich machen kurz einen E-Mail-Verkehr oder in den Kommentaren. Da freue ich mich natürlich drauf. Ja, das war es an dieser Stelle. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Und wenn ihr verrückt seid, gebt ihr mir einen Daumen nach oben, dass ihr wieder Motivation findet, das auch natürlich immer wieder weiterzumachen, ganz klar. Und wenn ihr ganz verrückt seid, dann noch den Abo-Button drücken, dass ihr nichts mehr verpasst, wenn es wieder Neues gibt. Ich sage ganz lieben Dank fürs Zuschauen, ganz lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns. Euer Micha. Ciao, ciao. Ich wünsche euch noch einen Wunderschönen.